Ja, hallo Leute, heute ein Unboxing-Video zu dem Xbox 360-Spiel Fight Night Champion, dem neuesten Teil aus der Boxreihe. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Als erstes fällt natürlich auch gleich auf, dass hier das wieder mal sehr große USK-16-Logo, was hier vorne aufgedruckt ist, ist also auf der Hülle selber aufgedruckt, also kann man eben auch nicht tauschen. Dann wird hier unten noch geworben mit mehr als 50 lizenzierte Boxer. Das ist natürlich nicht schlecht. Auch die Rückseite ist sehr schön gestaltet, wie ich finde. Hier wird vor allem auf den Story-Modus eingegangen. Und hier diverse Vorzüge aufgelistet. Ja, das ist es halt. Und dann haben wir hier das Spiel. Und hier ist noch ein Online-Pass für den EA-Server. Und so ein paar Hinweise. Ein gedrucktes Handbuch gibt es übrigens nicht. Das Handbuch ist in dem Spiel selber integriert und kann man dann quasi auf dem Fernseher direkt lesen. Das wird dann aus dem Spielmenü heraus aktiviert. Ja, soweit das Unboxing zur Xbox 360-Version von Fight Night Champion.